hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge weh in fact doch ist es so wo sind die da auch schön so moment jetzt passt wieder so kurz moment moment das ist ja das hatte ich noch nie ja alles hat man irgendwann zum ersten mal sieht mal wie die axt gelitten hat inzwischen so ein kleines wohnchen und war dann zurück das kann man dann die tür bauen dann würde ich sagen ich würde aber trotzdem oben schmelzen bauen auch wenn wir im moment noch nicht die vollständige vollwertige schmelzen technologie haben würde ich trotzdem so wir fahren noch mal runter mit ihm wir könnten uns noch mal hinlegen machen wir das mal ja da kräuchte na klar kräuchte da super so noch mal hinlegen das gut wenn der balken voll ist das ist jetzt so 58 hit points ich glaube wir müssen wirklich an dem thema heilung arbeiten so wir haben viel material im backpack ich würde echt gern es ist sechs uhr früh so wir schauen da mal rein ja wir bräuchten für einen schlachter tisch 10 mal eisen war und das kriegen wir nicht zusammen auch wenn wir alles zusammen kratzen das schaffen wir nicht schaffen wir nicht so ein bisschen dass wir zumindest die box vollkriegen so die spitzhacke ist auch bald vorbei das war auch nicht so schlimm jetzt eine melone noch wir fangen mit dem jahren so und ihm hier schade kann ich da sagen schade ich würde schon ich würde schon sagen ja so schlachter bank wir brauchen zehn waren so vielleicht kriegen wir das wirklich in der heutigen folge noch hin mit den zehn waren so wir brauchen kohle da ist hier alles drin beim hier und jawohl jawohl ist aber auch ein gefährlicher gegner so die packen wir mal da rein das ist ziemlich viel das lassen wir da das 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 wunderbar das kommt rauf so da haben wir mal den so und so werden wir sukzessive sachen nach oben bringen wo wir dann oben schmelzen oder unten schmelzen oder wie wir das allgemein machen das werden wir dann sehen und und wunderbar so natürlich liegen wir auch hier sein natürlich liegen wir auch hier sein ab. Und schon werden wir die nächsten einschmelzen. Den stellen wir mal da ab und hüpfen. Ja. So. Wir könnten natürlich oben auch schon einen weiteren Extraktor bauen, der vorerst mal Steinchen fördert. Aber zu dem Thema ist natürlich auch zu sagen, so, das gehört da rein. Was machen wir mit dem? Super. Nimm doch die ganze Kiste mit. Nein. Das will ich nicht. So. Das können wir dann auch umlassen. Ups. Haben wir zu viel dabei? Ja, haben wir. So. Ich sehe schon unseren Beinbruch entgegen. Bei dem einen Lampen-Rampen-Ansatz. Ich glaube, dass das schief gehen wird. So. Jetzt hier. Nein. Das behalten wir uns mal. So. Moment. Das kommt da rein. Da haben wir keinen Platz. Das könnten wir total toll schlichten hier. Nein. Das war das Schwein. So. Die nächste Partie reinwerfen zum Schadenmelzen. So. Ja. Wir könnten ein paar Tage durchschlafen. Das würde natürlich auch heilen. So. Aber wenn wir die Schlachterbank mal mitnehmen können. Ja. Oder wir töten einfach so die Krokodile, was ja auch möglich ist. Wollen wir das vielleicht tun? Na, wir brauchen dort die Schlachterbank. Wir brauchen die dort. Ja. Ja. Hilft nix. Wir brauchen es. So. Da haben wir noch zwei. Eins. Zwei. Einmal den. Und einmal den. Okay. So. Die packe ich mal da rein. Wir werden jetzt den verzehren. Das werden wir austrinken. So. Da ist kein Wasser drinnen. Wir leeren das mal aus. Und schon regnet es. Super. Sehr gut. So. Ich stelle mir den Wagen auch hier ab. Oh ja. Oh ja. Oh ja. So. Einmal noch durchlaufen. Ich hoffe, wir kriegen das heute hin. Ja. Ich habe mir überlegt, ob wir einfach so Krokodile mal töten. Aber jetzt ernsthaft. Wir tun es wegen der Krokohaut. So. Super. Dann haben wir das und das. Das und das. Wobei das legen wir runter. Machen wir halbieren. Bäm. Jetzt brennt oben das Feuer noch. Egal. Egal. Wir machen es ganz schnell. So. So. So, ich hoffe, es geht sich noch aus. So, dann kommt noch einer da dazu. Da wird aber auch eines noch her passen. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Holen wir noch drei. So. Sehr schön. Jetzt versetzen wir das da? Nein. Ich hoffe, es regnet noch weiter. So. So. So, auf dass ich das hier wieder fülle. So, und ich hoffe, das wird was. So, dann haben wir hier. Da haben wir keine mit. Okay. So, jetzt zünden wir das an. So, Schmutzwasser. Dann haben wir hier Schmutzwasser. Wir machen hier einmal den. Burn, baby, burn. Dann haben wir hier Platzierbar, Lager, Feuerholzständer. Da fehlt ein Stückchen. Okay. Okay. So, Wasser ist sauber. Und löschen. Yeah. Super. So, da haben wir alles rausgenommen. Ja, die legen wir da oben hin. Wunderbar. Wir brauchen den Wagen. Oh, jetzt müssen wir unten nachlegen. Weitere Steinchen schmelzen. Und da oben das Feuer auch löschen. Da haben wir ja auch Fleisch am Köcheln. Da gehen wir da mal rauf. Wunderbar. So, und löschen. Yeah. Essen. Essen. So. Ich hoffe, es geht sich aus. Ich hoffe, es geht sich aus. So, die kommen da rein. Dann haben wir da drei Stöckchen. Die brauchen wir im Moment nicht. So, wir haben Pfeil und Bogen. Wir haben einen Speer. Wir haben eine Axt. Da ist noch ein Speer. Das warten wir noch, bis durch ist. So, da haben wir eins, zwei. Keiner. Keiner. Keiner, keiner, keiner. Keiner. Ich bin ein bisschen, bin ich aufgeregt. Ob sich das jetzt mit zehn ausgeht? Vielleicht. Vielleicht. Keiner. Das war's für heute. So. Das isst man gleich mal. So, da passt alles. So, das Geschmolzene. Sehr gut. So, wir haben ihn. Wir haben ihn. Und löschen. Und löschen. Super. So, das packen wir da rein. Das packen wir da und da rein. Dann haben wir hier die Gorke. So, passt. Brauchen wir 10 für einen Schlachtertisch. Platzierbar? Jawohl. Jawohl. So, super. Wir haben dabei Eiswerkzeuge. Einen Spier würde ich mir gerne noch machen. Am Ambus. Ein Stahlbaden. Okay. Okay, so. Drei Stöcke, fünf Pflanzenfasern. Okay. Drei Stöckchen. So, die Axtroppe hier. Und wir laufen mal rauf. Oh, ist das cool. Ist das cool. Nächste Folge sind wir bei den Krokos. Meine Lieben. Dann geht aber die Post ab. So. Moment, ich muss ganz kurz eine Pause machen. So, da bin ich wieder. Sorry für die Unterbrechung. Ah, okay. Irgendwas war da nicht noch was. Ja, da war noch was. So, wir wollen hier. Platzierbar, Lager, eine Kiste. Ui. So. Wunderbar. So, herrlich. Weil das nehmen wir noch raus. Springen auf den. Machen uns einen Stahlspier. Bäm. So, springen auf den. Und werfen das da wieder rein. So. Super. Wir haben alles dabei für den Krokos-Ausflug. Den werden wir morgen. Wollen wir den morgen machen? Wir fahren los. Wir fahren los. Was wir aber mitnehmen, ist der da. So. Wir haben. Jawohl. Wir haben einen Stahlspier. Das war wichtig. Oder wäre es eine Melone gewesen? Moment. Ist das nicht diese Richtung? Ich glaube. Werden wir es gleich sehen. Wir müssen vorerst mal hier rum. Kann man dann da durch? Ich bin sehr gespannt, ob wir da durchkommen. Da müssen wir ja auch irgendwo rumkommen. Ah, ein Wölfchen. Dann machen wir den Bogen rum. Da steht er schon. Da steht er schon. Und weg ist er. So. Dann würde ich aber sagen, wir biegen hier durch die Wüste ab. Ich hoffe, wir können da im Geraden durchfahren. Schaut im Moment ganz gut aus. Da wäre noch ein Schweinchen gewesen. Da wäre aber jetzt der Wolf lieber gewesen. Wir haben ja schon zwei Schweinchen zu Hause. Ich glaube, den Weg sind wir noch nie gefahren. Schon wieder. Und abbiegen. Wir fahren Richtung diese Berge. Wir haben noch keinen Stein gerammt. Ich bin ja total fasziniert. Super. Super. Da ist er. So, die Frage ist, wie viele Krokos müssen wir für eine Tasche töten? So, wir stellen uns wieder hier her. So, sonstiges. Platzierbar. Ja, Schlachtertisch. Machen wir mal da her. So, da schnappen wir uns alle da rein. So, Treibstoff. Wie schauen wir aus? Oh, es geht noch. Es geht noch. So. Wie spät ist es? Zwei Uhr am Nachmittag. Okay, wir schauen mal, dass wir ein Krokos finden. Da hinten. Ach, komm. Aber gar nicht mehr so schnell durch den Sumpf. Die haben da auch was geändert. Mein Gott. Wow. Und da drauf. Oh, wir haben die Axt liegen lassen. Wir haben die Axt liegen lassen. Wir brauchen einen Stein. Wir brauchen ein Stöckchen. So, die Frage ist ja, wie viel brauchen wir überhaupt Krokodileder? Vier. Okay. So. Ein Ästchen. Ein Ästchen. Ein Ästchen. Ein Ästchen. Frosch. Ein Stöckchen. Ein einziges Stöckchen. Da ist schon wieder ein Stein. Ach, komm. Ein Stöckchen. Mitten im Wald. Gibt es hier Stöckchen? Und nö. Das war auch kein Stöckchen. So. Wir brauchen aber ein Stöckchen. Ein einziges Stöckchen. Oh, eine Melone. Da ist ein Stöckchen. So, eine Melone. So, jetzt schnell zurück. Einen Speer droppen wir. Oh, Gorka. So, einen Speer legen wir da jetzt her. So. Oh, das ist der hier. Da kommt rein. Das, das. Das droppen wir auch. Na, eine Melone gegessen. So, der hier. Bäm. Wunderbar. Wunderbar. So. Da kommt rein. Das, das. Nächste ist Kroko. Jetzt kann man natürlich vorher die Hände waschen. In Unschuld. Und nicht in Krokodilblut. Krokodilchen. Feeling. Was? Ja. Oh, ja. Ja. Vöge. Das Anchom. julier. sehr gut und wichtig die pfeilchen einsammeln das war der speer und grogo wunderbar da ist schon alles voll toll so haben wir dann gute waschen zwei bräuchten noch oder so jawohl liebe kinder ist nur farbe machen wir mal das und dass der rein so soll das auch hier sein da geht einer hängt noch und super sehr cool so wir haben vier kroko leder mit jetzt so ja du nicht so vier kroko leder noch mal schauen nicht dass wir zurück sind also vier und zwei seile passt am webstuhl passt dann ich würde den gerne abreißen wird aber nichts werden so moment so die lassen wir da auf geht's so meine lieben dann wieder zurück mit uns oder nein das machen wir in der sonntags folge meine lieben das war's für die heutige folge ich bedanke mich für das dabei sein wir sehen uns wieder morgen 10.15 bis dann tschüss das war's so